Hallihallo liebe Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ich wollte euch Bescheid geben, dass ich heute Abend streame. Das will ich übrigens sehen, Sonntag um 19 Uhr, auch noch an anderen Tagen. Das steht auch hier beim Zeitplan, aber sei es drum. Und zwar kündige ich das an, weil ich am Anfang des Streams eine kleine Fragerunde machen wollte für euch oder mit euch. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne da sein und mir Fragen stellen, wo ich dann versuche, das alles relativ gut und ausführlich, aber auch gleichzeitig schnell zu beantworten. Und da könnt ihr mir persönliche Fragen stellen, ihr könnt aber auch, keine Ahnung, Fragen zu YouTube stellen oder sonstiges, was die Zukunft, was die Vergangenheit angeht oder was euch da so in den Sinn kommt. Das Ganze geht um 19 Uhr los auf Twitch. Mein Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Denkt dran, 19 Uhr, da geht's los. Denkt dran, nicht zu spät zu kommen, ansonsten verpasst ihr vielleicht einige Fragen. Nein, das Video wird auch abgespeichert, wenn ihr nicht könnt und euch die Frage... Ja, ich weiß nicht, wie lange es geht. Das hängt davon ab, wie viele da sind und wie viele Fragen gestellt werden. Und ja, das könnt ihr euch nachträglich angucken. Danach werde ich dann noch entweder PlayerUnknown's Battlegrounds oder League of Legends spielen, nach der Fragerunde, wen das interessiert. Und ich hoffe, wir sehen uns dann heute Abend. Bis dann. Tschüss! 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 Vielen Dank.